Hallo und herzlich willkommen zu Onigel, nagelneuesten Filmkritik hier beim Tele-Stammtisch. Ich war in einem Kinofilm. Überraschung! Nur diesmal habe ich privat bezahlt und möchte euch nicht vorenthalten, wie es dazu kam, denn dieser Film läuft hier in Portugal, wo ich gerade bin, um einiges früher, als es bei uns in Deutschland der Fall ist. Heute geht es um Aufbruch zum Mond, der im Original First Man heißt. Viele von euch wissen, dass ich gerade in Portugal bin und konnte mir hier einen Film angucken, weil ich einfach einen Abend Zeit hatte. Und das Besondere an der Action ist, dass es hier gerade drei Tage gibt, oder waren es zwei nicht, ich glaube es waren drei, bei dem kosten alle Kinofilme, voraussetzt, ich habe das richtig verstanden, nur 2,50. Und damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, denn als ich 2,50 für das Ticket gezahlt habe, das habe ich in dem Moment gar nicht so realisiert und erst im Nachhinein das Wechselgeld gecheckt. Ja, und ich war da ganz überrascht. Ich habe also 2,50 gezahlt, um mir The First Man anzugucken und das finde ich dann ziemlich geil. Also es scheint irgendeine Aktion zu sein hier, wo man Leute ins Kino locken möchte. Und ich sage mal so, ich habe von der Aktion nichts mitgekriegt, aber mich tierisch gefreut, als da plötzlich nur 2,50 zu zahlen waren. Bisschen doof war, dass ich mir kein Bier dazu nehmen konnte, denn irgendwie gibt es hier in diesem Kino, in dem ich in Portugal gewesen bin, kein Bier. Tja, und kein Bier hieß, dass ich eben erstmal wieder raus bin. Das Ganze war an so einem Einkaufszentrum hier und ja, da fand ich dann eins für 2,20. Das war dann ganz okay. Nun gut, ich saß also alleine im Kino und habe einen Film angeguckt, der 142 Minuten geht, ab 12 Jahren freigegeben ist und von Damien Chazelle ins Kino gebracht wird. Und wir haben da wirklich ein Star-Ensemble-Deluxe. In der Hauptrolle ist Ryan Gosling, der den Neil Armstrong spielt. Und Neil Armstrong, das sollte man echt schon mal gehört haben, das war der erste Mann auf dem Mond. Und in dem Film geht es nämlich um ihn. Das ist so eine Art Biografie von der Zeit, quasi mit der kompletten Vorbereitungszeit für den Flug zum Mond. Wenn die ganzen Projekten und ja eben auch Rückschlägen, die es einzustecken, galt, die ihn dahin geführt haben. Wir sehen sehr viel von seinem Privatleben und wir sehen vor allem immer viel, viel Ryan Gosling. Viele weitere Schauspieler sind am Start, unter anderem gespielt seine Frau Janet Armstrong, gespielt von Claire Foy. Wir haben viele weitere Leute, Lucas Haas, Corey Stoll, Pablo Schreiber, John Berntal und viele, viele weitere. Kyle Chandler spielt eine riesengroße Rolle und noch viele mehr. Und ja, ich kann den Film auf jeden Fall empfehlen. Ich hatte so ein bisschen so meine Bedenken, als ich die ersten Trailer gesehen habe. Jetzt schon wieder Apollo 13, das hat ja nun schon ein paar Jahre auf dem Buckel, aber irgendwie fühle ich mich sofort daran erinnert. Aber nun ja, ist schon ein bisschen geil. Ich stehe ja tierisch auf diese ganzen Geschichten, die sich um diese Raumfahrt und die Geschichten dahinter drehen. Und deswegen war das für mich ein Pflichtprogramm, das ich unbedingt gesehen haben musste. Und wir erleben vor allem, dass Neil Armstrong wohl ein Mann war, der viele Rückschläge zu verzeichnen hatte und mitnehmen musste. Sei es im privaten Umfeld, seine erste Tochter ist wohl gestorben an einem Hirntumor. Er hatte viele Freunde und Kollegen verloren, die natürlich eben auch teilweise bei diesen Projekten, bei diesen Tests, die für verschiedene Fluggeräte gemacht wurden, gestorben sind auf unterschiedlichste Art und Weise. Und er war im Laufe seines Lebens wohl auf unzähligen Beerdigungen. Darum beneide ich ihn auf gar keinen Fall. Nun gut, er hat eben noch seine Frau. Generell diese Interaktion, dieses familiäre Ding, das ist so ein Teil des Films, der ist wirklich faszinierend, weil er klar macht, dass diese Verluste, die er erlitten hat, so einen Menschen natürlich auch verändern. Er macht teilweise einen sehr depressiven Eindruck, den wir natürlich auch aufgrund von Nahaufnahmen sehen. Also wir sehen dauernd die Kamera direkt ins Gesicht von Ryan Gosling gefilmt und haben dadurch natürlich einen sehr guten Eindruck davon, wie es in ihm aussehen könnte, wie er gerade tickt. Und das fand ich echt geil, wenn man das so sagen kann in dem Zusammenhang, was mir überhaupt nicht gefallen hat und das ist auch eigentlich der einzige, aber wirklich dafür gravierende Kritikpunkt an diesem Film, das ist die Wackelkamera. An der Stelle kann ich auf jeden Fall auch nochmal ein aktuelles Video vom YouTube-Kanal, die Filmanalyse, empfehlen. Die Wackelkamera war eine absolute Katastrophe, Leute, das ist also echt nicht schön. Wir sehen gerade zu Beginn viel Wackelkamera, weil wir da so einen super realistischen Eindruck vom Leben Neil Armstrongs bekommen sollen. Wir sehen natürlich auch, werden die Films verteilt bei Starts von Raketen, im Weltraum selbst, bei diversen anderen Szenen, die da im Film auftreten, sehen wir eine Wackelkamera. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war mega anstrengend. Aus meiner persönlichen Perspektive heraus war das auf jeden Fall die falsche künstlerische Entscheidung, die es teilweise eben einfach anstrengend macht. Dem Film zu folgen und das angenehm zu gucken. Es nimmt teilweise auch ein bisschen die Epicness aus dem Ganzen, wenn da eben so eine Rakete startet, auf die man da, auf dieses Projekt, auf das dann ewig hingearbeitet wurde, ist, das macht vieles kaputt. Und ich muss sagen, das war nicht so geil. Die Story selber, die ist wirklich, das hat was. Ich kann nicht sagen, wie realitätsgetreu das Ganze ist, aber ich wurde super unterhalten, weil ich einfach mitfiebern kann, wie aus diesem jungen Mann, der eine glückliche Familie hat, der ein glückliches Leben führt, durch diese ganzen Rückschläge immer mehr ein zielorientierter, auch kalter Mann wird, der erst auf dem Mond so eine Art Segen mit sich und seinem Leben gefunden zu haben scheint. Gerade die Interaktion mit seiner Frau, die muss man einfach nochmal positiv hervorheben. Was Claire Feuder abliefert, ist wirklich Oscar-verdächtig. Eine Frau, der man vieles von ihren Gefühlen natürlich eben auch aus dem Gesicht ablesen muss, aber eben auch kann. Sie ist als Mutter in der Verpflichtung, irgendwie ja auch diesen kalten Vater, zu dem Neil Armstrong geworden zu sein scheint, mit seinen eigenen Kindern in Verbindung zu bringen und da überhaupt ihm die Augen zu öffnen. Das ist jetzt, wo es doch gilt, eben auf den Mond zu fliegen und die Wahrscheinlichkeit einer Rückkehr auch nicht sonderlich hoch ist. Er sich vielleicht zum Beispiel mal hinsetzen könnte, mit seinen Kindern reden sollte und vielleicht auch sich verabschieden sollte. Eine von vielen Szenen in dem Zusammenhang, die mir wirklich sehr gut gefallen hat. Ein bisschen schwierig ist es bei so einem Film natürlich immer irgendwie die Spannung aufrecht zu erhalten. Ich meine, wenn man sich gar nicht mit dem Thema beschäftigt, dann weiß man trotzdem, dass er der erste Mann auf dem Mond war. Dass er diesen berühmten Satz mit dem kleinen Schritt für einen Menschen, aber großen Schritt für die Menschheit gemacht hat. Und weiß eben auch, dass er überlebt, dass er auf jeden Fall zurückkommt. Und gerade da finde ich es beeindruckend, wie spannend das Ganze dann doch ist. Wir haben immer wieder brenzlige Situationen, immer wieder steht zur Debatte, dass er unter Umständen die Mission nicht überlebt, dass er bei einem Unfall einfach stirbt und wir sehen auch einige Unfälle im Laufe des Films. Und da wird der Spannungsbogen wirklich überraschend hochgehalten. Fand ich einfach großartig. Ja, und mein Fazit ist dann natürlich positiv entsprechend auch. Bis auf die mega nervige Wackelkamera, die dem Ganzen insgesamt dann auf jeden Fall den Punkt abzieht, ist der Film nämlich durch die Bank weg gelungen. Ich bin sehr zufrieden und habe die 2,50 Euro, die ich dafür ausgeben musste, auch mit keinem Cent bereut. Also wirkt das so, puh. Ich weiß nicht, sowas könnte ich mir in Deutschland sehr gut vorstellen. Ich gebe dem Ganzen also vier von fünf Punkten und möchte diesen Film jedem ans Herz legen, der so ein bisschen Interesse für Weltraum-Exploration aufbringen kann, der so ein bisschen Bock auf Ryan Gosling hat, der nur wirklich ein Schauspieler ist, der hier auch in dem Film mit vielen Facetten glänzen kann und der natürlich eben auch auf dieses riesengroße Star-Ensemble Bock hat. Insofern guckt ihn euch an, geht ins Kino, hinterlasst mir gern Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram oder eben auch gern beim YouTube-Upload, könnt ihr jederzeit Kommentare hinterlassen. Alles, was ich da so teile, liken und natürlich auch teilen. Ich würde mich freuen, wenn ihr es tut und zu gegebener Zeit vielleicht selbst sogar mal hier beim Tele-Stammtisch teilnehmen. Wenn ihr also bei irgendeiner Preview wart, bei einer, keine Ahnung, wieder einer Community-Preview von den Rocket Beans oder ihr habt eine andere Chance gehabt, einen Film vor dem offiziellen Kinostar zu sehen, dann meldet euch doch bei mir und vielleicht können wir zusammen eine Filmkritik machen, die dann hier beim Tele-Stammtisch veröffentlicht wird. Es war mir eine wahre Freude, bis zum nächsten Mal. Tschau!